Hm? Welcher Zauberer wurde unglücklich? Dann machen wir ihn doch mal. Machen wir ihn doch mal glücklich. Hm. Ich würde mal sagen, Feuertagkammer haben wir... Werkstatt brauchen wir jetzt hier. Da kommt die Arena rein. Ich stelle euch mal die Dienste zur Verfügung. Das braucht sie nicht. Okay, und wir entdecken alle möglichen Wege. Hier könnten wir schon mal eine Einfallroute direkt durch das Schlafzimmer des Grünen zu seinem Dungeonherz. Oh. Ein Heldeneingang. Eine neue Spezies ist in eurem Dungeon gekommen. Okay, wir haben schon mal Teufler. Teufler haben ist immer gut. Und da ist ein Heldeneingang. Und das ist, glaube ich, sogar ein Heldeneingang, den man nicht zerstören kann. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Oh, wir haben Inferno. Inferno. Ein Zauberspruch, das jedes Geschöpf in Reichweite in einen gewaltigen Feuersturm hineinsaugt, aus dem die verkohlten Leichen in alle Himmelsrichtungen hinausgeschleudert werden. Das klingt toll. Zauberspruch in Inferno beschädigt auch Wände, Verstärkungen, Fallen, Türen und Barrikaden. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Aber wir haben immer noch nicht genug Geld, um uns die Arena zu leisten. Eine neue Spezies ist in eurem Dungeon gekommen. Trolle, obwohl wir die nicht so wirklich brauchen. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Bis jetzt sieht das eigentlich alles noch ziemlich gut aus. Gucken wir mal kurz hier in diese Richtung. Ja, hier ist nur Wasser und hier könnten wir uns durchgraben. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Dass ich die alle selbstständig dahin tragen muss, ist nervig. Wisst ihr was? Macht mal die Wand weg und macht mal das hier noch weg. Da gibt's Lava in der Richtung. Ich hoffe mal nicht, dass Nemesis wirklich angriffslustig ist. Sonst könnte das nicht ganz so gut für uns ausgehen. Wer erbeutet ein Portal? Ich grabe mir mal einen Weg zu dieser Lava hier hin und gehe mal mit einem Salamander auf Erkundungstour, was es da so gibt. Und ich bin mir noch immer nicht sicher, was ich hier kleines reinbauen könnte. Einen Friedhof vielleicht. Ja, das würde Sinn machen. Einen Friedhof könnte ich gebrauchen. Vampire sind hier. Ich benutze eigentlich sehr selten Vampire, wenn ich das so ehrlich sein soll. So, aber jetzt bräuchte ich erstmal wieder Gold. Also, ich schnappe mir mal einen meiner Salamander. Ne, hier sind noch mehr Salamander. Sehr schön. Und guck mich hier drin mal um. Befestigte Wände, etwas Gold. Ach, und das war's auch schon. Naja, ist schade, aber... Hm. Theoretisch könnte ich mich hier rumgraben, dann spare ich mir die Brücke. Was gibt es dahinter? Ein Helden-Gemäuer? Okay, da kommen die ersten Helden, die Ärger wollen. Was schicke ich denen mal entgegen? Ich versuche... Ich probiere mal bei denen den Feuersturm aus. Kein Troll wurde ungründlich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Hm. So viele Trolle. So, holt mal die Elfen ab. Es ist Zahltag. Sehr gut. Äh, es ist Zahltag und ich habe nicht genug Geld. Muss ich mir mal schnell welches machen. Maler kriege ich ja durch meine Malerkruften genug. Oh, du, wieso... Seht ihr das? Ich sehe es und ich... Ich traue die mir jetzt nicht so ganz. Oh, und dem hier hätte ich auch nicht so ganz trauen sollen. Da kommen noch mal drei von der Sorte. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ich mache mal hier eine Vermöbelaktion. Ich habe eine Mana-Gruft erbeutet. Oh, zur Hölle. Heilt alle Geschöpfe mein... Ach, da. Na, das war jetzt mal richtig... richtiges Glück. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ihr braucht einen Friedhof, um eure Leichen zu stapeln. Weiß ich, dass ich einen brauche. Muss jetzt gerade so viel auf einmal kommen? Ein Teufler, der kein... keinen Platz zum Schlafen hat. Hier, bitteschön. Noch eine Mana-Gruft. Sehr schön. Und meine Salamander können mal hier die Kanonen kaputt machen. Ach, nee. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Hm. Ja, das kommt jetzt gerade alles. Schlag auf Schlag auf Schlag wie viele Betten... Hä? Wie kann ich so viele Betten besetzt haben? Ich kann doch nur maximal 20 Kreaturen hier haben. Und ich habe so viele Salamander, dass die... Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Dann auch nehmen wir das... hier mal ein... hier mal ein... hier mal ein... Ich muss hier jetzt gerade alles so Schlag auf Schlag kommen. Naja. nicht das Level-1-Skelett. ein Teufler wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Ich hoffe mal, die schaffen die Helden da unten auch. Oder auch nicht. Euer Casino wird angegriffen. Jetzt gucken wir mal, was ist hier überhaupt. Das ist nichts Gutes. Ich habe jetzt schon gar keine andere Wahl. Ich habe keine andere Wahl. Euer Trainingsraum wird angegriffen. Schlagt euch mit Horn hier rum. Soll das ein Witz sein? Euer Zauberspruch heilen wurde verwässert. Das muss auch ein echtes Witz sein, oder? Das kann doch nicht ernst gemeint sein, dass hier drei Helden in meinem... Dungeon wüten, weil die keiner aufhalten kann. Wenigstens kann Horn hier die... Riesenarmee da oben... besiegen. Aber hier könnte man hier aufhören zu graben. Äh... Dafür kann ich jetzt hier mal einen Friedhof errichten. Hier ein Friedhof. Wir haben einen gegnerischen Raum da oben. Was für einen gegnerischen Raum haben mit der Novocort. Es sind nicht nur ein Friedhof. Jetzt wird Holly gleich verschwinden.